schönen tag liebe zuschauerinnen und zuschauer willkommen zu unserer veranstaltung im rahmen der europa woche kommt der europäische mindestlohn bevor wir loslegen würde ich sagen lassen uns alle die hier an der runde teilnehmen uns vorstellen mein name ist jindy tunjel ich bin europapolitischer sprecher der fraktion der linken und würde jetzt auch aus meiner rechten seite von mir aus gesehen bitten dass susanne sich auch noch mal vorstellt ja schönen guten abend mein name ist susanne arz arbeit und europa hier in bremen zu meiner linken ja mein name ist per rosenthal und ich bin referent der geschäftsführung bei der arbeitnehmerkammer und vielen dank für die einladung herzlich willkommen danke dass ihr beide euch zeit genommen habt wie gesagt das ist eine veranstaltung im rahmen der europa woche die war wir alle euch denken können anders geplant aber wir leben in der corona zeit und wollten die veranstaltung nicht absagen und haben gott sei dank das ermöglicht dass wir das so per live stream hinbekommen haben es geht um europa bevor wir ins thema einsteigen würde ich noch mal ein zwei sätze zu europa sagen auch in der corona krise ich hätte mir als europäer sehr gewünscht dass europa viel solidarischer gewesen wäre wir haben am anfang gesehen dass italien und spanien ja sehr zu kämpfen hatten der corona krise und anstatt dass man sich gegenseitig unterstützt wurden überall irgendwie jeder hat jedes land hat sich an sich gedacht und die grenzen wurden nicht gemacht es gibt noch andere themen beispielsweise auch flüchtlinge wie die europäischen länder damit umgehen dass man nicht mal hinbekommen hat diese 1500 unbegleitete kinder und jugendliche in europa unterzubringen das spricht nicht gerade vor europa aber wir geben die hoffnung nicht auf und wollen wie vorhin angekündigt heute über das thema mindestlohn in europa sprechen die europäische kommission hat im januar diesen jahres eine initiative für einen europäischen mindestlohn gestartet das ist keine neue geschichte 2017 gab es gemeinsam einen beschluss von kommission rat und europaparlament für einen katalog von 20 sozialen rechten dazu gehörte auch das recht auf einen angemessenen mindestlohn jetzt also gab es dazu die formalen vorstoß was für einige aufregung sorgte war gesorgt hat war die klare aussage der kommission zum mindestlohn in deutschland der sei nämlich deutlich zu niedrig im konsultationspapier werden sechs länder ausdrücklich genannt wo der mindestlohn verhältnismäßig zum mittleren lohn erheblich zu niedrig ist dazu gehören tschechien estland malta lettland und luxemburg und natürlich auch deutschland eigentlich müsste so die kommission der mindestlohn bei etwa 60 prozent des mittleren lohns liegen in deutschland liegt er aber nur bei etwa 45 prozent das heißt statt derzeit 9 euro 35 müsste der mindestlohn in deutschland nach auffassung der kommission 12 euro 50 sein und ich bin froh dass ich wie gesagt heute zwei experten bei mir habe die hoffentlich ja noch mal uns heute heute deutlich machen was genau mit dem europäischen mindestlohn gemeint ist und ja wie es gerade aussieht deshalb würde ich gerne susanne alas unsere staatsräten die erste frage stellen wollen was ist zurzeit der gegenstand der beratung und wie sie das aus wie muss ich mir das vorstellen europäische mindestlohn heißt das dass wenn der europäische mindestlohn kommt dass für alle länder beispielsweise 12 euro kommen oder wie ist der unterschied ja genau vielen dank also europa setzt sich ja bekanntermaßen aus unterschiedlichen ländern zusammen und da gibt es unterschiedliche lebensbedingungen und ein motiv auch ja für einen gemeinsamen mindestlohn ist natürlich auch ähnliche bedingungen herzustellen in einem gemeinten einer gemeinsamen in einer union ja und der mindestlohn soll aber nicht eine gleiche summe sein oder eine gleiche gleiche wirklich gleiche bezahlung im sinne dass das oder wie hoch auch immer lebensbedingungen orientieren also eben einen mittleren wert darstellen wie tschuld eben schon gesagt hat das wäre wenn der mindestlohn kommen würde der in der eu diskutiert wird würde das in deutschland bedeuten dass er weit über drei euro mehr also höher wäre als den den wir jetzt haben und in anderen ländern würde es eine andere summe bedeuten ich denke wichtig ist dass man von dem lohn leben können muss ohne zusätzliche leistungen zu brauchen also dass man vollzeit arbeit in der lage ist teilnehmen und selber zu ernähren das denke ich ist muss das minimum in jedem land sein und das kann dann natürlich auch eine unterschiedliche summe heißen was wäre die wirkung wenn ein so ein mindestlohn europaweit kommen sollte und ist das realistisch fange ich erst mal an was ist mit der frage was es bedeuten würde also es würde bedeuten dass man sich auf europäischer ebene darauf verständigt was man in bezug zu dem durchschnittseinkommen in den einzelnen ländern als einen angemessenen mindestlohn bezeichnen würde und deshalb setzt man diese 60 prozent des durchschnittseinkommens und da sagt man das wäre ein angemessener mindestlohn um am leben teilhaben zu können und das wäre dann eben auch die umsetzung dieser säule der sozialen rechte diese zahl 60 prozent ist nicht gegriffen sondern in der forschung geht man davon aus dass alles was unter 50 prozent des mittleren einkommens ist dass man das als armutslohn bezeichnet was zwischen 50 und 60 prozent liegt armutsgefährdende löhne zum ergebnis hat und das was über 60 prozent ist dann eine gewisse armutsfestigkeit hat und das wäre das ergebnis dass man sich in europa verständigt darauf dass jeder arbeitnehmer und jede arbeitnehmerin das recht auf ein solches definiertes definierten mindestlohn und damit auch mindesteinkommen hätte jetzt zur frage ist das realistisch aber da kann susanne ahlers sicherlich gleich noch mal vertiefen da was zu sagen weil wenn man sich die berichterstattung in den medien zu dem thema anguckt dann wird das kein selbstgänger es gibt kritik in deutschland von seiten der arbeitgeberverbände die sagen es besteht dafür keine notwendigkeit und es wird angezweifelt dass die europäische union dort überhaupt eine regelungskompetenz hat und es gibt auch ein sehr heterogenes bild in den mitgliedstaaten was dazu sagen ja das kann ich genauso bestätigen und die eu kommission das ist das gängige verfahren eine sogenannte konsultation angefangen eine beratungsphase und hat die europäischen sozialpartner gebeten eben mit ihnen mit der europäischen kommission in eine entwicklung zu gehen zum europäischen mindestlohn wurde dezidiert von arbeitgeber seite abgelehnt es gibt aber auch länder die sehr skeptisch sind interessanterweise sind das vor allem die nordischen länder die sehr gute bedingungen haben häufig auch eine hohe tarifbindung also auch starke gewerkschaften und die wiederum haben angst dass ihr niveau runtergesetzt wird aber das glaube ich auch dass sie auch angst haben einfluss zu verlieren ich glaube dass das falsch ist weil wir reden über einen mindestlohn wir reden nicht davon noch sehr viel bessere arbeitsbedingungen zu schaffen bessere bezahlung das ist alles und muss auch alles weiter möglich sein und wir brauchen auch dafür die gewerkschaften keine frage aber wir haben viel zu viele länder wo viel zu wenig arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer organisiert sind und auch viel zu wenig arbeitgeber und da brauchen wir ein mindestlevel gerade auch sage ich auch in deutschland und das wäre etwas wo von deutschland wo jedenfalls die arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer von einem europäischen mindestlohn definitiv profitieren können was die wahrscheinlichkeit angeht puh schwierige frage ganz schwierige frage die bundesregierung hat sich den eu mindestlohn auf die fahnen geschrieben erstaunlicherweise aber sie haben nie etwas zu der höhe gesagt sondern nur dass sie das ziel verfolgen eines europäischen mindestlohns und das auch in ihrer eu-ratspräsidentschaft die nach dem sommer anfängt als schwerpunkt mit gewählt haben was jetzt wirklich passiert auch in den corona zeiten das weiß glaube ich niemand also ich jedenfalls nicht also wird das dadurch bestärkt wird es geschwächt was bedeutet es auch wenn wir wirklich einen europäischen mindestlohn bekommen und aus meiner letzten diskussion in brüssel zu dem thema wurde ganz klar gesagt auch von der zuständigen generalkommission dass das lange dauern wird also wir werden wenn diesen mindestlohn den europäischen nicht mehr dieses jahr haben und auch nicht nächstes jahr also es wird einfach eine lange phase schon jetzt angenommen diesen solch einen mindestlohn auszuhandeln was man vielleicht als positiv signal hinsichtlich der chancen dass er denn irgendwann kommt noch mal anfügen kann ist die tatsache dass die kommissionspräsidentin das thema auch selber artikuliert hat und dass es mit dem zuständigen kommissar nikola schmidt aus luxemburg der für die themen arbeit soziales und integration innerhalb der kommission zuständig ist dort wirklich einen glaubwürdigen vertreter für dieses thema europäischen mindestlohn gibt und der dieses thema auch gleich zu beginn seiner zeit als kommissar in der eu-kommission prominent und auch öffentlich auf die tagesordnung gesetzt hat und damit sicherlich auch druck in richtung sozialpartner aber insbesondere in richtung mitgliedsstaaten ausgeübt hat wie sie das denn gerade aus was macht die bundesregierung zu diesem thema wenn man das sich auf fahne geschrieben hat was für schritte gehen die um das zu erreichen oder sind die da eher skeptisch zu seine die bundesregierung die meinung der bundesregierung wäre für unsere zuhörer sehr interessant kannst du da was dazu sagen bestimmt oder also genau was ich eben schon sagte dass sie sich das tatsächlich auch für diese ratspräsidentschaft die sie nach dem sommer antreten als ein schwerpunkt thema gewählt haben wie glaubwürdig das ist das finde ich schwierig sie haben sich nie zu der höhe jedenfalls nicht meines wissens zu dieser eben die auch per rosenthal noch mal erklärt hat wie wird dieser median berechnet also das ist ja nicht gesetzt dass es diese 60 prozent sind auch nicht von der eu-kommission aber das ist der mir einzig bekannte vorschlag der jetzt der diskutiert wird ob es aber vielleicht auch zu einer anderen höhe kommt einem anderen rahmen das ist ja noch offen und da würde ich mich auch niemals vor versperren wenn es eine verbesserung ist ja und wenn wir dadurch einen höheren mindestlohn in den mitgliedsstaaten bekommen würden die ja also dem minister heil glaube ich das sehr wohl ob ich das der ganzen bundesregierung glaube das weiß ich nicht ganz genau ich kann dem aber zustimmen was per rosenthal gesagt hat also über eben den kommissar den zuständigen und unsere eu-präsidentin also nikola schmidt und ursula von der leyen dass sie das sehr überzeugend auch tatsächlich vortragen ja und da glaube ich auch dass die es wollen aber wie hoch ihr einfluss wieder herum ist da das ist auch bedingt sag ich mal die mitgliedsstaaten sind da einfach wirklich die entscheidenden und deutschland ist ein ganz wichtiger mitgliedsstaat weil er einer der größte ist und mit frankreich gemeinsam also das darf man nicht unterschätzen dass unsere bundesregierung da ein wichtiger player ist und ich hoffe dass sie richtig spielen in diesem zusammenspiel und ich glaube erschwerend kommt auch noch hinzu dass die europäische union im bereich der sozialen und arbeitsmarktpolitik auch unter legitimationsdruck steht also in der einleitung ist auf die frage der europäischen solidarität in bezug auf die bewältigung der coronakrise hingewiesen worden und die suchprozesse in der sozialpolitik auf eu-ebene dauern jetzt schon ein paar jahre um auch mal so ein aushänge projekt nach vorne zu schieben insbesondere im zuge der auswirkungen der finanz und währungskrise 2008 2009 ist ja gerade das vertrauen in die eu als sozialpolitischer akteur hat hat auch schaden genommen deshalb gab es vor ein paar jahren den anstoß zu einer europäischen arbeitslosenversicherung und ich würde auch diese debatte um den europäischen mindestlohn als versuch interpretiert interpretieren der eu auch sozial politische sozial politischen sozial politischen sozial politisches gewicht um nicht zu sagen glaubwürdigkeit zuschreiben zu wollen wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf es ist ja sogar durch die politik während der finanzkrise passiert dass in griechenland der mindestlohn gesunken ist also das heißt dass die politik der eu dazu geführt hat eben dass ein mindestlohn noch geringer wird als er vorher schon war und das bisher die eu nicht dadurch aufgefallen ist das muss man ja auch wirklich ehrlich sagen dass sie dazu beigetragen hätte sozialstandards in den mitgliedstaaten zu steigern sie hat das in bestimmten punkten sehr wohl auch arbeitnehmerrechte aber eben es gibt auch diese andere art der erfahrung und das soll sich verändern und ich glaube auch das muss sich verändern weil das ist auch notwendig für die legitimation der europäischen union also wozu haben wir eine europäische union wenn wir aber eine zu wenn wir eine soziale ungleichheit haben wenn wir zu eine hohe ungerechtigkeit haben dann sinkt die anerkennung die akzeptanz und ich glaube dass es wirklich nötig ist notwendig genau wie demokratie demokratische strukturen ist es eben auch eine sozialpolitik umzusetzen die eine ja eine gerechtigkeit und eine herstellt innerhalb dieser europäischen union es ist ja so dass wir jetzt gesagt haben das wird noch einige jahre dauern was wahrscheinlich auch unsere zuhörer interessieren würde wie die spanne gerade ist es gibt ja soweit ich informiert bin nur sechs länder wo es keinen mindestlohn gibt in der eu aber es gibt die anderen länder haben mindestlohn wie ist die spanne zwischen den ländern was ist da konkret irgendwie in bestimmten ländern mindestlohn und damit wir auch einen vergleich haben wie zum beispiel in den ost europäische länder aussieht und vielleicht auch in den westlichen das stimmt das macht die also einerseits macht die umsetzung auf europäischer ebene kompliziert dass nicht alle ländern gesetzlichen mindestlohn haben das heißt nicht dass in den ländern die den nicht haben die welt ganz furchtbar aussieht sondern es kann auch das gegenteil der fall sein also in österreich zum beispiel gibt es keinen gesetzlichen mindestlohn sondern über tarifverträge vereinbarte mindestlöhne und das ist für den fall österreich eigentlich auch ausreichend weil die eine tarifbindung von fast 100 prozent haben so eine entwicklung von der wir in deutschland nur träumen können in den skandinavischen ländern ist es ähnlich deshalb drängt die die frage nach einem europäischen mindestlohn auch nicht so wie in anderen ländern jetzt zu dem punkt wie groß ist die spannbreite wir haben eine enorme spannbreite von unter zwei euro mindestlohn in bulgarien bis über zwölf euro mindestlohn in luxemburg also sozusagen eine differenz von zehn euro zwischen dem höchsten und dem niedrigsten mindestlohn deshalb kommt ja auch niemand auf die idee zu sagen wir brauchen einen fixbetrag für den europäischen mindestlohn sondern wir müssen ein mindestlohn definieren der einen bezug hat zu der einkommenssituation in den mitgliedstaaten und dann besteht aber durchaus die hoffnung dass es in vielen ländern nachholprozesse bei der entwicklung der gesetzlichen mindestlohne geben wird auch noch mal auf ein argument eingehen darf was also gegen argument was ja immer wieder ich kenne es ausschließlich von arbeitgeberseite kommt dass arbeitsplätze vernichtet werden würden bei einführung eines mindestlohns viele von uns können sich ja auch noch daran erinnern als in deutschland der mindestlohn eingeführt wurde war das auch immer das gegen argument es würden dadurch arbeitsplätze vernichtet werden das ist nicht eingetreten und das tritt eben auch zum beispiel in den usa nicht ein da gibt es auch ganz unterschiedliche mindestlöhne in den staaten in den usa also der bundes mindestlohn ist auch relativ gering aber einzelne bundesstaaten dort haben sich einen sehr viel höheren gegeben und da ist eher die eben wohl der wohlstand gestiegen und es sind keine arbeitsplätze vernichtet worden ja also das darf man ja auch nicht vergessen dass wenn menschen mehr verdienen geben sie auch mehr aus sie konsumieren also das heißt unsere wirtschaft entwickelt sich dann auch weiter ja also es ist kein stillstand und keine zerstörung von arbeitsplätzen davon bin ich fest überzeugt und es gibt auch kein beweis dafür aber es wird immer wieder angeführt und auch jetzt in der diskussion um den europäischen mindestlohn von der arbeitgeberseite wieder auch von unseren arbeitgeberverbänden in deutschland im übrigen wird das auch angeführt als argument und das ist einfach falsch ja also ich habe ja am anfang gesagt was mich auch noch mal interessiert deutschland ist ja das größte land in der eu deutschland du hast es eben auch erwähnt hat jahrelang kampf gegeben bis man hier in deutschland mindestlohn endlich erkämpft hat regelrecht erkämpft hat oder kämpfen musste und ich finde wenn wenn dann deutschland nur 45 prozent und mittel und sozusagen an mindestlohnzahl ist das für ein land der dann irgendwie die ratspräsidentschaft übernimmt und dann irgendwie dafür kämpfen will dass der mindestlohn kommt ja da kann man doch sehr zweifeln zusanne oder ja beide sp und dann zusammen ja also das ist ja sozusagen die herausforderung für die bundesregierung wie sie mit diesem widerspruch dann umgehen möchte wenn man sich noch mal an die geschichte der einführung des mindestlohns in deutschland erinnert war das ja eine jahrelange diskussion und ein sehr strittiges thema zumindest im politischen raum wenn man sich zu der zeit schon umfragen in der bevölkerung angeguckt hat gab es immer eine übergroße mehrheit für die einführung eines gesetzlichen mindestlohns und der ist dann mit verspätung eingeführt worden und er ist dann erst mal auf einem niveau eingeführt worden wo man sagen würde vorsichtig also ich glaube es hatten auch alle angst dass dann vielleicht doch die effekte eintreten die nicht eingetreten sind hinsichtlich des arbeitsplatzverlustes woran der mindestlohn in deutschland im moment aus meiner sicht krank ist bei niedrigem einstiegsniveau dass keine wirklich dynamischen aufholprozesse in gang gesetzt werden und das wäre natürlich auch der impuls der europäischen ebene für deutschland wenn man da so eine 60 prozent marge jetzt festsetzen würde also das würde die debatte in deutschland noch mal befördern was erhöhungsschritte beim gesetzlichen mindestlohn angeht wobei man sich jetzt auch nicht auf die eu verlassen darf sondern die diskussion und die debatten und die kämpfe um eine erhöhung eines mindestlohns sind hier schon weiter zu führen ja dem kann ich wirklich nur zustimmen aber der europäische mindestlohn kann eine chance sein auch wenn er nicht kommen sollte oder es noch länger braucht gerade die regierung sagt das ist etwas was ihnen wichtig ist um glaubwürdig zu sein müsste sie eigentlich dafür sorgen dass erstmal auch unser bundeslohn also der bundesrepublikanische mindestlohn steigt ja das müssen ja nicht gleich der schritt auf die 12 euro sein aber wenigstens ein bisschen in die richtung also sonst sind sie aus meiner sicht unglaubwürdig also wenn sie das thema auf europäischer ebene vorantreiben wollen und hier keinen schritt in diese richtung machen also keinen schritt in erhöhung in einer wirklichen erhöhung also nicht diese 30 cent höher das meine ich auch nicht aber jetzt reden wir ja von 9 euro 35 zu 12 euro 50 sind 3 euro 15 unterschied oder ja genau und da kann man ja sagen man geht schon mal in den ersten schritt 1 euro 50 wenigstens mehr also dass wir oder eben dass wir jedenfalls wenigstens die 10 euro marke erst mal kriegen und dann eben den nächsten schritt ja das sehe ich im moment nicht aber das müssten sie machen und ich sehe es genauso wir müssen da am ball bleiben auch hier und zwar ich ist doppelseitig also wirklich weil wir würden damit auch den europäischen mindestlohn befördern und den die situation hier bei uns auch in deutschland verbessern also es würde beides bewirken ja und ich glaube man muss realistischerweise in den blick nehmen dass die debatte um die erhöhung des mindestlohns in deutschland vor dem hintergrund der coronakrise nicht einfacher geworden ist und nicht einfacher werden wird weil die argumente natürlich zunehmen werden dass man in solch einer sensiblen situation nicht den arbeitsmarkt und die arbeitsmarkt entwicklung überfordern wird dürfen und da glaube ich müssten die argumente auch noch mal geschärft werden die trotz oder gerade wegen corona auch dafür sprechen den mindestlohn zu erhöhen und dazu zählt die gesamtwirtschaftliche perspektive nämlich dass wir es mit der in der coronakrise auch mit einer massiven nachfrage krise zu tun haben werden und wenn da nachholen dann auch wieder konsumiert werden soll ist eine dynamische entwicklung beim mindestlohn eine der bausteine die auch aus der krise führen könnten wir sind ja hier weil wir sagen auch europa ist ja soll ja alle für die gesamte bevölkerung europas erreichen wir haben ja auch inzwischen ausschuss der region wo dann irgendwie die bevölkerung die europäer alle beteiligt werden was kann man denn seitens der länder machen um das sozusagen dabei ist dass die bundesregierung weiterhin sozusagen starke sich stark dafür macht aber auch unter druck politisch vielleicht unter druck gesetzt wird dass man was du gesagt hast dass man auch erst mal innerhalb deutschlands diese mindestlohn erhöht was können die länder machen können die was machen susanne also ich gehe erstmal auf die europäische ebene ein du hast es ja auch schon angesprochen den ausschuss der region den die einzelnen regionen in europa vertreterinnen und vertreter hinsendet und die dann eine beratende funktion haben in brüssel sie sind nicht sie haben keine entscheidungskompetenzen aber sie können beraten dann können die länder die ja wiederum auch eine europäische zugeständigkeit haben sich die europa europäischen also die ministerinnen und minister beziehungsweise eben senatorinnen und senatoren der bundesländer treffen sich auch und diskutieren diese themen haben aber auch eine beratende funktion nämlich den ministerpräsidenten und ministerpräsidenten der bundesländer wieder gegenüber da will ich aber nicht verhehlen wir hatten bei der letzten oder vorletzten sitzung das weiß ich letzte sitzung war es glaube ich ging es um sozialstandards und die anforderungen die wiederum die ministerinnen und minister die für europa zuständig sind an die bundesregierung stellen da wir uns da einigen müssen alle bundesländer gemeinsam und alle unterschiedliche politische couleur sind ja ich glaube die nickt schon dass jetzt kommt das wort kompromiss also es ist nicht einfach da wirklich etwas zu formulieren was einen echten fortschritt bedeutet aus meiner sicht jedenfalls nicht ja es wird aber gekämpft und auch ich habe dabei mitgekämpft ja aber der erfolg ist dürftig wenn alle länder sich einigen müssen weil die dringlichkeit auch hier etwas zu tun als gering angesehen wird einfacher ist es tatsächlich auch wenn ich auf dieser ebene bleibe bei denjenigen die für arbeit und sozialpolitik zuständig sind also innerhalb von europa in den einzelnen bundesländern interessanterweise selbst über die parteigrenzen hinweg ist es einfacher auch nicht einfach aber einfacher eine etwas schärfere linie zu finden also zu sagen wir brauchen da mehr zum mindestlohn haben wir das jetzt aktuell nicht gemacht aber da kann ich mir vorstellen dass wir da auch noch mal einfach aktiv werden ja also zu sagen auch als bremen eben so etwas zu initiieren also da zum beispiel anträge für den bundesrat eben für die minister ministerinnen konferenzen die es gibt also dass wir da noch mal etwas starten um eben darauf hinzuweisen ja dass wir nicht nur hinzuweisen sondern eben auch wirklich zu fordern die mehrheiten sind immer schwierig zu erreichen also auch der bundesrat hat keine mehrheit die irgendwie rot rot grün wäre ja sondern die ist eher schwarz ja ist leider zur zeit wir haben ja gesagt in deutschland wurde jahrzehntelang für mindestlohn gekämpft und es ist ja nicht so dass jetzt irgendwie bestimmte parteien da ganz vorne standen sondern arbeitnehmer und gewerkschaften da jahrelang also hervorragend kampf aus meiner sicht geführt haben bis wir so weit kommen sind wie wir jetzt sind was können kann die arbeitnehmerseite bezüglich des europäischen mindestlohns tun um wie gesagt das weiterhin dafür sorgen dass es thema bleibt und dass es vielleicht nicht vier fünf jahre dauert vielleicht nur drei jahre dauert also ich würde ich würde mir wünschen dass diese idee eines europäischen mindestlohnes dass die idee eines europäischen mindestlohnes von von seiten der gewerkschaften breit aufgegriffen wird was die zielrichtung angeht dass man glaube ich auch noch mal in den austausch gehen sollte dass nämlich die arbeitnehmervertreterinnen und vertreter aus ländern wo ein mindestlohn jetzt nicht so zuvorderst auf der tagesordnung stehen muss dass die keine angst haben müssen weil die gefahr sehe ich wirklich nicht dass da gute bestehende tarifliche mindestlöhne gegebenenfalls nach unten gezogen werden würden und ich glaube dass dafür muss man dann klugen mechanismus finden was die genaue festlegung des nationalen mindestlohns auch unter so einer eu-vorgabe angeht dass man auf die eingespielten mitbestimmungsmöglichkeiten der sozialpartner beim finden eines mindestlohns rücksicht wird nehmen müssen weil ansonsten ist das auch glaube ich zum scheitern verurteilt also sozusagen jetzt einfach nur zu sagen ab morgen macht ihr 60 prozent das ist zu wenig sondern es muss beteiligungsrechte der sozialpartner in den einzelnen nationalstaaten noch geben müssen weil ansonsten wird man auch an der stelle die akzeptanz glaube ich verlieren ja wenn ich das noch ergänzen darf was ich auch glaube ist dass die angst genommen werden muss dass die eu zu viel zu sagen hat also dass die das geht in eine ähnliche richtung aber nicht nur in bezug auf gewerkschaften also sozialpartner sondern auch in bezug auf die mitgliedstaaten und die regierungen dort also dass da ja auch eine sorge ist dass die eu sich in themen einmischt in die sie sich de facto jetzt ja auch nicht einmischen darf ne und ich glaube das muss auch klargestellt werden also dass das kein eine übernahme ist durch die eu und das ist gerade deswegen auch bei einigen eigentlich fortschrittlichen kräften befürchtet wird es befürchtet weil dass es dann zu einem dumping führt ich glaube auch vollkommen unberechtigt aber diese furcht ist da und die muss man eben auch ernst nehmen und bearbeiten und was ich noch ergänzen will es gibt ja durchaus auch gewerkschaften gerade eben in was ich anfangs sagte auch in den nordischen ländern die dagegen sind aber der dgb nicht in deutschland und der könnte also der ist für diesen europäischen mindestlohn und soweit ich weiß tut er das auch und ich bin ja natürlich die letzte die jetzt dem dgb irgendwas vorschreiben kann und will aber ich glaube der dgb macht auch schon lobbyarbeit in brüssel also für den europäischen mindestlohn ja also die setzen sich dafür ein dass der kommt und ich denke dass sie dabei auch auf ihre schwester gewerkschaften in die genau diesen nordischen ländern also skandinavischen ländern einwirken werden das ist jedenfalls meine hoffnung dass sie das tun und eben aber es ist auch wichtig dass die eu kommission tatsächlich etwas vorlegt was auf diese bedenken eingeht also und auch gegebenenfalls auf eine wie man auch eine beteiligung organisieren kann und ich bin da aber ganz frohen mut ist dass sie das auch tun werden weil ich eben auch glaube dass sie schon erfolgsdruck haben und dass sie auch was erreichen möchten ich meine wir haben wir haben es gab ja viele themen wo die eu kommission europaparlament ja gesagt hat das müssen wir machen und letztendlich war das dann so ich habe ja am anfang auch nochmal gesagt wie die einzelnen eu ländern ja in bestimmten bereichen zu bestimmten themen dann reagiert haben hat wenn wenn ein so großes land wie deutschland oder frankreich wenn die da wirklich nicht ernsthaft sich dafür einsetzen kann man da überhaupt was erreichen ich glaube was ich damit sagen würde ist dass europaparlament europakommission die haben wirklich immer gute idee und oft scheitert es an die länder und an die großländer ich will jetzt nicht sagen dass sie da nichts machen können aber in vergangenheit war das wirklich so dass oft wenn es darauf ankam die großen länder da sagen hatten wie siehst du das kann ich leider nur bestätigen und als ich jetzt einmal in brüssel waren gespräche geführt habe und da ging es auch unter anderem mit mindestlohn aber auch noch andere soziale anliegen da sagte mir der ich glaube der generalsekretär war es das sollte ich doch alles mal zu meiner bundesregierung sagen und nicht zu ihm und und also dass der auch noch mal ganz klar sagte dass häufig die deutschen der hemmschuh sind also dass die sachen verhindern das können wir also die bundesregierung nicht die deutschen als solche natürlich und das da können wir hier in der bundesrepublik politisch aktiv sein versuchen das zu beeinflussen anders zu wählen all diese dinge ja aber das ist richtig dass tatsächlich wenn man nach brüssel kommt und die die wirklich soziale politik machen wollen da ist man wenn man aus deutschland kommt nicht unbedingt gut angesehen ja also weil wir da also die deutsche bundesregierung da wird man natürlich mit in einen topf geworfen als die verhinderer wahrgenommen wird wird eben tatsächlich aber auch hier ändert sich immer etwas das dürfen wir nicht vergessen du hast selber erwähnt 2017 war schon der europäische mindestlohn thema aber er ist es schon ganz lange diskutiert wird und jetzt ist er wirklich auf der agenda also dinge dauern und sie bewegen sich auch und ich kann mich noch erinnern an den deutschen mindestlohn also an die diskussion so lange her und an diese riesigen widerstände nicht in der bevölkerung aber eben auch in der politik übrigens am anfang auch bei den gewerkschaften um mal ehrlich zu bleiben die waren am anfang nicht dafür also das und es hat sich geändert ja also ich glaube schon wir am ball bleiben wenn wir aktiv bleiben viele sich dafür einsetzen dass sich auch was tut ja dass sich dann auch was verändert ja das heißt also um das deutlich zu sagen dass wir hier in deutschland wenn wir sowohl gewerkschaftlich als auch politisch aktiv werden dass das sehr sehr großen einfluss in brüssel hat dass wir was verändern können ähm wie ist denn äh zu diesem thema ist ja du hast ja gesagt das ist ja nicht seit gestern nicht seit 2017 äh thema mindestlohn europäische mindestlohn wie ist denn eigentlich äh in den vergangenen jahren ähm die zusammenarbeit äh der gewerkschaften und äh äh der parteien die äh sich intensiv äh auch für mindestlohn einsetzen äh diesbezüglich gelaufen per kannst du da was dazu sagen nee ehrlich gesagt ehrlich gesagt nicht weil da bin ich von den prozessen die da ja entscheidend sind in berlin einfach äh zu weit weg und äh das wäre das wäre anmaßend ich aus der entfernung würde ich es so einschätzen dass es über das thema bundes mindestlohn gelungen ist einen wichtigen pflock einzuschlagen was die bekämpfung von lohnungleichheit angeht und dass die durchsetzung dieses mindestlohns jetzt auch wieder raum geschaffen hat sich den darüber liegenden problemen und fragestellungen äh zu widmen nämlich die frage von tarifbindung weil der beste gesetzliche mindestlohn ist der der möglichst wenig gezahlt wird weil es darüber tarifvertragliche regelungen gibt und dadurch dass man den mindestlohn geschafft hat ist glaube ich dass kommunikation zwischen gewerkschaften und zumindest teilen der politik auch äh das äh das system äh der tarifverträge äh zu erneuern und nach vorne zu entwickeln befördert worden ja also ich habe jetzt äh auch fragen von zuschauern äh carina kluge hat eine frage äh legt der mindestlohn fest über wie viel geld jeder haushalt äh verfügt und ist mit dem mindestlohn der anspruch auf weitere unterstützung äh abgegolten nein weil das heißt ja nur wie viel man pro stunde verdienen soll mit dem mindestlohn und wenn man zum beispiel wie jetzt ja bei dem bundesmindestlohn von 9,35 Euro äh eine vollzeit arbeitet äh dann hat man äh zum beispiel ähm äh und alleine lebt ähm dann äh kann man sich davon in bestimmten städten selbst ernähren aber nicht in allen weil die miete häufig zu hoch ist äh also der reicht äh für äh wirklich ein ganz geringes Minimum aus wenn man Kinder hat reicht der gar nicht aus und dann hat man selbstverständlich auf unterstützende Leistungenanspruch und zwar die äh also Kindergeld ja sowieso aber auch Kinderzuschlag oder Wohngeld oder Arbeitslosengeld II also das bleibt alles erhalten das würde auch bei einem höheren äh äh mindestlohn äh erhalten bleiben aber der mindestlohn sollte eigentlich so aussehen dass man das dann nicht mehr brauchen würde ja also jetzt ist der definitiv zu gering den wir haben definitiv der muss höher sein heute reicht der nicht aus um einen wirklich äh davon sich ernähren zu können und schon gar nicht mehr also wenn ist es ja wirklich nur die unterste grenze ja also das heißt das eben gar nicht um auf diese frage nochmal abschließend zu antworten ja als ergänzung nochmal die äh EU würde sich ja auch nicht äh soweit aus dem Fenster lehnen und zu sagen was ein angemessener Nettolohn wäre sondern sie sagen ja nur was aus ihrer Sicht ein angemessener Bruttolohn wäre und dass man sich darauf verständigen muss und wie viel davon dann sozusagen als Arbeitnehmer netto übrig bleibt hat ja noch viele andere äh äh fragen die in der Verantwortung der Nationalstaaten bleiben würden also wie viel Beitrag Pflege gehen davon runter wie viel Steuern gehen davon runter was aber auch an Unterstützungsleistungen noch dazukommt Kindergeld Kinderzuschlag Wohngeld alles was Susanne Ahlers gesagt hat also er setzt einen Rahmen eines Bruttomindestlohns und äh sozusagen was dann Steuer und weitere Sozialpolitik angeht sind die Mitgliedstaaten autonom äh jetzt habe ich nochmal eine Frage an dich zu den Arbeitgebern äh man hat ja in der Presse ja äh sozusagen äh als Vertreter der Arbeitnehmer äh wie die äh reagiert haben als äh wieder äh also das war ja in Deutschland auch nicht anders äh die haben dann gleich gezuckt und haben gesagt also haben Angst ähm dass das kommt äh Susanne ist ja ein bisschen drauf eingegangen am Anfang äh die äh scheinen ja überhaupt nicht damit einverstanden zu sein äh äh was kannst du als Arbeitnehmer auf von der Arbeitnehmerseite äh äh denen entgegenbringen damit sie weniger Angst haben äh und sich dann doch irgendwie äh ja mit mit sich reden lassen Also wenn man sich nochmal die Argumente vergegenwärtigt die in der Debatte um den gesetzlichen Mindestlohn von Arbeitgeberseite eine Rolle gespielt haben dann war das vor allen Dingen das Argument Arbeitsplatzverlust da würde ich sagen die Erfahrung zeigt eindeutig dass äh das nicht der Fall äh gewesen ist jetzt wird immer noch gesagt ja aber wir waren immer in guten konjunkturellen Zeiten nach der Einführung des Mindestlohns aber auch empirische Studien aus äh anderen äh Ländern äh zeigen äh dass äh ein Mindestlohn und äh da nicht zu Arbeitsplatzverlusten führt das war ein Argument also die Angst müsste den Arbeitgebern eigentlich schon die Erfahrung genommen haben dass äh dass sie davor Angst haben müssten das zweite was immer vorgebracht worden ist es ist ein Eingriff in die Tarifautonomie das denke ich wird auch ein Argument sein was jetzt gegen den europäischen Mindestlohn vorgebracht wird Ich wundere mich an der Stelle immer dass diejenigen zu den großen Verteidigern der Tarifautonomie äh werden die selbst immer für betriebliche Öffnungsklauseln plädiert haben die Mitgliedschaften in ihren Verbänden zulassen äh äh für Betriebe die dann keinen Tarifvertrag äh anwenden müssen also da würde ich mir dann wünschen wenn man auf der einen Seite dann zu den Verteidigern der Tarifautonomie sich aufschwingt dann auch an anderer Stelle mit zu machen und zum Beispiel solche Mitgliedschaften ohne Tarifbindung äh dann auch äh nicht mehr anzubieten und dann auch gesetzliche Vorstöße zu unterstützen die tatsächlich dazu führen dass die Tarifbindung äh wieder äh zunimmt und das dritte Argument und das war aber eins aus dem Arbeitgeberlager was dann von den wenigen Fürwortern immer genannt worden ist dass es dann den Wettbewerb über niedrige Löhne äh nicht mehr gibt und dann könnten sich Arbeitgeber auch darauf konzentrieren über innovative Produkte und innovative Dienstleistungen den Wettbewerb am Markt zu führen und nicht über geringe Löhne also es könnte auch ein Innovationsmotor sein Ja genau das ist ja auch ein Argument was wirklich ein ernsthaftes auch es gibt ja nicht nur die Arbeitgeber die sind auch heterogen und ähm äh die auch äh wirklich für eine Tarifbindung eintreten die auch genau das sagen ich will dass alle Arbeitgeber Tariflöhne zahlen äh damit wir dann einen fairen Wettbewerb haben der nicht über Löhne geht sondern über tatsächlich äh entweder Innovation oder auch die gute Leistung oder was auch immer ja oder die andere bessere Leistung und nicht darüber dass äh jemand anders den Aufmerksamkeit gibt bekommen weil der Arbeitgeber wiederum äh schlechter bezahlt ne also das äh sind auch äh das darf man auch nicht vergessen also es sind durchaus gibt es ja Arbeitgeber die äh haben äh äh guter Arbeitsbedingungen ihre Mitarbeitenden und auch guter Bezahlung Wir sind ja in der Corona-Zeit ähm äh habe ich ja am Anfang erwähnt äh mich würde äh das ist jetzt vielleicht nicht direkt zum äh Thema Mindestlohn aber äh mich würde auch noch mal interessieren ähm was die Bundesregierung äh und was die EU äh an Hilfen äh zur Verfügung gestellt hat um äh Menschen äh die jetzt äh ja die letzten äh äh zwei Monate äh nicht arbeiten konnten äh es gibt ja Kurzarbeit ähm äh in Deutschland äh mich würde wirklich auch interessieren ob ihr äh eventuell äh was dazu sagen könnt wie es in anderen europäischen Ländern aussieht Also ich kann was zur Kurzarbeit sagen weil es mich auch äh 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 etwas ist ähm äh äh was mich sehr bewegt also wir haben ja dieses Kurzarbeiter äh äh Geld was nur 60% bedeutet vom Einkommen beziehungsweise 67% wenn Kinder im Haushalt leben äh und ich finde das definitiv zu wenig insbesondere bei denen und da kommen wir dann schon wieder auch ein bisschen auf das Thema Mindestlohn also bei den Geringverdienenden ne also wenn man wenig verdient und dann von dem Wenigen noch 40% weggenommen bekommt äh dann reicht das definitiv nicht aus und ähm da gibt es äh zum Beispiel Österreich die das ganz anders lösen und ich finde sehr viel besser und da haben wir auch hier aus Bremen wirklich mehrere Vorstöße gemacht aber ähm die Österreicher machen es so dass bis zu einem bestimmten Bruttoeinkommen ich glaube 1700 Euro sind es so roundabout äh bezahlen sie 90% Kurzarbeitergeld und dann äh staffeln sie es runter umso mehr man verdient umso weniger Kurzarbeitergeld kriegt man aber immer noch äh letztendlich 80% also weitaus mehr als in Deutschland das finde ich fairer auch rechter verteilt als wir das hier machen und jetzt gibt es ja noch äh eine kleine Verbesserung dass man nach vier Monaten 70% kriegt und dann nach äh sieben Monaten äh 80% das finde ich aber äh vollkommen unzureichend das ist unabhängig wie viel man verdient sondern nur nach der Zeit geht es dass man dann mehr Geld bekommt ach dann ist man hat man seine Wohnung schon verloren oder sonst etwas ist passiert äh äh und dann gibt es ein bisschen mehr Geld das hilft überhaupt nicht das Gegenargument natürlich von der Bundesregierung die können alle zum Jobcenter gehen und es gibt vereinfachte Möglichkeiten das ist richtig das stimmt aber nur auf diesem Niveau und natürlich das Einkommen angerechnet und auch das Einkommen vom Partner oder Partnerin schnell mal zu viel sein dieses Einkommen sodass man nichts kriegt ja ja also das finde ich äh in zum Beispiel in Österreich sehr viel besser gelöst ich weiß nicht ob Herr Rosenthal noch Beispiele aus anderen Ländern weiß äh also ich kenne jetzt nur so ein Positives was für mich auch einen Vorbildcharakter hat äh äh und deswegen ähm äh äh und deswegen ähm äh äh ja ja nur noch mal kurz äh ergänzend zum Kurzarbeitergeld ich äh teile die Kritik am an der jetzt gefundenen Lösung die äh Susanne Ahlers äh formuliert hat auch aus den genannten Gründen äh die sie formuliert hat äh und im europäischen Vergleich sind wir was die Höhe des Kurzarbeitergeldes angeht tatsächlich äh äh knauserig was bedauerlich ist weil das Instrument des Kurzarbeitergeldes in Deutschland ja schon lange etabliert ist und andere Länder in Krisensituationen dieses gute Modell übernommen haben und ich hätte mir tatsächlich in der jetzigen Situation auch gewünscht äh dass wir dann mit Blick auf äh die europäischen Nachbarn was die Ausgestaltung der Höhe des Kurzarbeitergeldes angeht auch von äh von denen lernen. Insgesamt zeigt das Beispiel Kurzarbeitergeld aber im Grunde nochmal das ganze Problem was Anlass für die Debatte heute gewesen ist nämlich niedrige Löhne, geringe Tarifbindung durch die fehlende Tarifbindung dann auch keine tarifvertragliche Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. Das gibt es ja auch in vielen Fällen wo dann ohne gesetzliche Regelung äh Ersatzniveau von 80 oder 90 Prozent erreicht wird aber das dieses diese Diskussion um das Kurzarbeitergeld sollte uns ermutigen diese Debatte um Mindestlöhne und vor allen Dingen Tarifbindung auch in der Zukunft offensiv zu führen. Ja vielen Dank also äh wir haben jetzt äh unsere Zeit sehr intensiv damit verbracht äh haben Reise durch Europa gemacht haben äh äh noch mal festgestellt dass auch äh hier in Deutschland das ganz ganz besonders wichtig ist dafür zu kämpfen äh dass das dann in Brüssel äh noch bessere Chancen hat wenn wir in Deutschland uns äh noch mehr Zeug legen ähm äh ich würde gerne von euch beiden ähm sozusagen die letzte Runde ähm abschließend äh noch mal äh ja Statement zum Schluss hören äh äh wie ihr denkt ähm ähm das haben wir in der Diskussion öfters angesprochen aber wie ihr das so einschätzt äh äh ja äh wie wir vielleicht äh in fünf Jahren vielleicht äh in drei Jahren vielleicht äh wir gucken Glaskuckel wann eventuell tatsächlich die Mindestlohn in Europa äh kommen wird äh wie ihr das so einschätzt zwei Minuten jeder. Also ähm genau wie du gesagt hast wir haben schon drüber gesprochen du hast auch schon das Wort Glaskugel gesagt das finde ich sehr schön das passt nämlich ich sag mal wie ich mir was ich mir wünsche ich wünsche mir dass äh der Mindestlohn der europäische in den nächsten zwei drei Jahren kommt ja und zwar auch in einer angemessenen Höhe und die dazu äh und dass dieser Mindestlohn auch dazu beiträgt unseren Lebensstandard hier zu erhöhen aber nicht hier sondern in ganz Europa und dass wir und das wünsche ich mir eben wirklich sehr dass wir solidarischer in der EU zusammen leben und arbeiten und uns äh eben unterstützen gegenseitig. Ich dachte auch nochmal zu den Anfangsworten äh auch äh in Bezug auf die Corona Krise ne also dass die EU einfach noch mehr zusammenwächst und für uns auch als äh das gesehen wird in Deutschland was es sein kann und auch in Teilen ist es ist ein wichtiges Projekt es hält uns zusammen es ist wichtig in Frieden auch gemeinsam zu leben wir haben jetzt 75 Jahre Kriegsende das ist jetzt ein Riesenbogen aber trotzdem dürfen wir das nicht vergessen dass äh die EU auch dazu beiträgt dass wir im Frieden weiterleben und da es ja mein Abschlusswort ist möchte ich noch äh gerne in eigener Sache so ein bisschen Werbung machen nämlich für unsere Europa Woche das ist die Veranstaltung findet ja im Rahmen dieser Europa Woche statt und ganz viele der Veranstaltungen äh haben die Veranstalterinnen und Veranstalter tatsächlich auch geschafft digital umzusetzen wie auch äh die Linke äh also vielen Dank auch an euch dafür und dafür dass ihr mich dazu eingeladen habt hier dabei sein zu dürfen ähm aber wir als zuständiges Ressort von Europa sind ja auch an dieser ganzen Veranstaltungsreihe beteiligt also wer von ihnen euch noch andere Veranstaltungen vielleicht anschauen möchte europa-für-bremen.de ist die richtige Seite dafür äh noch andere Veranstaltungen zu finden also machen sie es macht ihr es und informiert euch auch über Europa und lasst euch auch hoffentlich über Europa unterhalten auch von unserer Seite wird noch etwas äh kommen äh im Netz äh zu dieser Europa Woche ja hast du nochmal Abschluss äh äh Wort ja wir sollten ja in die Glaskugel äh gucken äh ich traue mir im Grunde kein richtiges keine richtige Einschätzung zu ich würde raten und zwar würde ich raten dass der europäische Mindestlohn kommt weil das Instrument glaube ich in der gesamten europäischen Bevölkerung Rückhalt hat anders als mal bei anderen vorgeschlagenen sozialpolitischen Instrumenten und die spannende Frage sein welche Übergangsfristen und welche Anpassungsmechanismen vorgesehen werden bis wann man dann irgendwann die 60% erreicht und ich glaube darauf gilt es zu achten und den Prozess aus dem Grund und eng zu begleiten damit diese Phase nicht zu lang wird Ich bedanke mich ganz ganz herzlich äh bei unserer Staatsräten Susanne Allers vielen vielen Dank Herr Rosenthal dass wir heute gemeinsam diese Veranstaltung durchgeführt haben und äh ich hoffe auch dass wir als Europäer ähm mehr Solidarität zeigen mehr zusammenhalten äh und äh füreinander da sein sollten und äh nicht Grenzen schließen in diesem Sinne wünsche ich allen alles Gute einen schönen Tag und zum Schluss möchte ich auch noch mal äh den Mann hinter der Kamera äh danken Vielen vielen Dank Michael Horn das hast du wieder 100% gemacht Dankeschön Danke viel Dank Danke viel Dank